Musik Ich hab ne reißen süße Puppe mal kennengelernt in einer Bar, weil ich auf solche Puppen huppe, nahm sie gefangen mich ganz und gar, ihr nächsten kleiner Busen herrlich, jawohl, verlassen sie sich drauf, bewegt sie sich nur etwas spärlich, lasst hinten gleich die Bluse auf, als riesig aufmerksamer Mann, pflegt sie deshalb immer an, ach Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett, man zieht ja deinen Zaten, Fäng und auch noch das Korsett, ach Paula, mach die Bluse zu, bleib sitzen, wo du sitzt, drum steh nicht auf, oh Paula, du, denn jeder sieht es blitzen. Musik Um ihr ne Freude mal zu machen, da sie mir teuer lieb und wert, ging ich mit ihr, es war zum Lachen, zu einem Symphoniekonzert, sie trug die allerfeinste Robe, war vorn und hinten dekoltiert, sah reißend aus zu ihrem Lobe, da ist was komisches passiert, als im Park hätte man unser Blick, schrie man von oben wie verrückt, »Ach Paula, mach die Bluse zu, du bist doch sonst so nett, man zieht ja deinen Scharfen, Fäng und auch noch das Korsett, ach Paula, mach die Bluse zu, ruf schon das ganze Haus, dass du so offenherzig bist, das hält ja keiner aus.« Untertitelung des ZDF, 2020